Hey Leute, ich bin der Segenjob zum nächsten Löffelkanal und ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, ähm, ich wollte euch mal was cooles zeigen und mit dabei ist K-Stefan. Hi. So, ihr müsst sowas jeb-klein schreiben, genau wie ich es jetzt geschrieben habe, Freunde. Ich weiß, es ist was richtig cooles und ja, Freunde, jetzt ist ein Schaf spawnen und jetzt jeb nennen und jetzt ist ein Rainbow Schaf. Das war jetzt nur mal so ein kleines Tutorial, ich wollte es jetzt nur mal schreiben, ähm, euch sagen, wenn es bei euch jetzt nicht mehr geht, vor ein paar Monaten, könnte es sein, dass es gepatcht wird, aber das kann ich mir nicht vorstellen, Freunde. Also, Freunde, ihr könnt das gerne ausprobieren. Tschüssi. Ciao.